An was denkt ihr, wenn ihr ETHEN PA hört? Also ich denke normalerweise an ETHEN PA 1504, an eine 2802 oder an eine 45.6. Das sind alles ETHEN-Stufen, die ich mal besessen habe, die mal in meinen Autos waren und mit denen ich sehr viel Spaß hatte. Halt schöne, gute Endstufen aus dem Hause ETHEN. Und jetzt habe ich das hier, eine ETHEN PA 4. Sieht ein bisschen klein aus, ist sie auch. Und das gucken wir uns heute einmal gemeinsam an. Ich bin Thomas, ich mache es seit 2004, KH4 in meiner Freizeit, habe schon einige Autos umgebaut, eingestellt etc. pp. Und ETHEN PA, beziehungsweise die ETHEN PA Serie, war dann immer ein treuer Begleiter, weil halt einfach coole Endstufen waren. Mit Leistung, gebrückt, nicht gebrückt, allem drohend dran. Das ist leider vorbei. Weil die ETHEN PA Serie, die wir, die ich jetzt hier gerade bei mir auf dem Tisch habe, kann man eher als Nachfolger von der jetzt letztmaligen Mikroserie sehen. Die Mikroserie ist unter der Miniserie einsortiert. Das heißt, ursprünglich gab es mal sowas wie eine Powerserie, es gab eine Miniserie und es gab eine Mikroserie. Und die Mikroserie ist jetzt quasi passé. Dafür gibt es jetzt die PA Serie. Da gibt es verschiedene Endstufen von. Und das, was ich jetzt hier erstmal mitgebracht habe, ist eine PA 4. Ich würde vorschlagen, wir packen diese PA 4 erstmal zusammen aus, gucken uns an. Danach gucken wir uns nochmal die Specs ein bisschen an. Und danach erzähle ich euch noch ein bisschen, was ich finde, wo diese Endstufe vielleicht einen schönen Anwendungsfall hat, wo man sie benutzen kann, wofür sie da ist, wofür auch nicht. Lasst uns erstmal auspacken. Wir haben das schönes Stück. Wir haben hier ein paar Specs, die wir machen und gucken uns später nochmal an. Ansonsten nichts Besonderes auf dem Karton. Ich mache einfach mal den Deckel auf und dann gucken wir uns das mal an. So, haben wir Bedienungsanleitungen. Und wie ihr seht, ja, das hier oben ist die Endstufe. Hier unten haben wir nochmal Zubehör. Fangen wir mit dem Zubehör an. Was haben wir hier alles bei? Zubehör. Also, wir haben ein Kabel. So, haben wir ein paar Kabel und wir haben Befestigungsmaterial. Was für Befestigungsmaterial? So, wie wir es eigentlich kennen, gibt es wieder immer noch, schon aus der Miniserie bekannt, diese Füßchen, die man unten rein tun kann. Gucken wir uns nachher mal an, wenn wir die Endstufe haben. Was haben wir schönes? Wir haben quasi Signaleingangskabel, weil die kommen alle an die Endstufe dran. Das werden wir gleich einmal sehen. Was haben wir hier genau? Genau, wir haben zweimal für High-Level, das heißt, wenn wir mit den Lautsprecherkabeln einfach rein wollen, können wir die hier nehmen. Das sind vier, für vier Kanäle können wir hier entsprechend die Kabel ran machen. Dann haben wir das Gleiche auch nochmal für Low-Level. Das heißt, wir haben hier ganz normal unsere Cinch-Eingänge und hier unser Kanal 1, 2. Das Gleiche hier, zwei Cinch-Eingänge, Kanal 3, 4. Alles gar kein Problem. Und dann haben wir noch ein, hier sehen wir es, Low-Level-Input-Bridged-Mode. Das heißt, hier ist es so, dass wir nur zwei Signale reinkriegen, aber die quasi auf Channel 1, 2 und 3, 4 verteilt werden. Das heißt, zwei Eingänge und vier Ausgänge an der Stelle. Okay. Interessant wird es jetzt natürlich bei der Endstufe. Also packen wir mal die Endstufe aus. Und das ist die Endstufe. Wirklich groß ist anders, glaubt mir. Und das ist das drei. Optisch finde ich es schon mal sehr, sehr cool. Weil es hat halt so einen matten Alu-Finish. Wenn wir uns das mal so einmal drumherum angucken. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr kleine Stufe. Also die ist wirklich winzig. Und hat halt einige an Eingänge, an Ausgänge, an Einstellungsmöglichkeiten. Wie gesagt, Befestigungsmöglichkeiten hatten wir hier gerade schon mal gesehen. Das heißt, wir haben wieder diese Nupsis. Hier können wir hier festschrauben. Und dann können wir die Endstufen hier dran festschrauben. Oder die können wir auch so festschrauben. Alles machbar. Haben wir schon bei den Mini-Power-Serien, was weiß ich was, gesehen. Kann ich nochmal verlinken. Und auch dafür habe ich damals so 3D-Druckhalter gebaut. Auch dafür werde ich in Zukunft nochmal 3D-Druckhalter konzipieren. Hier ist es ein bisschen schöner als bei der Mini-Serie. Hier sind die Abstände links und rechts gleich. Das heißt, man kann hier tatsächlich, man geht hier nicht mit unterschiedlichen Modellen rein, sondern mit dem gleichen Modell. Um dann halt die Stufen nebeneinander zu befestigen etc. Pp. Davor wir hier aufs Eingemachte gehen, zeige ich euch nochmal was Gules. Und zwar, wenn ihr ganz normal unterwegs seid und ihr wollt jetzt noch irgendwie was nachändern oder sonst irgendwie was. Dann ist das jetzt hier ganz einfach. Ihr könnt nämlich das hier einmal nach oben wegziehen. Weil hier haben wir so Nupsis und hier haben wir so Kugelköpfe. Das heißt, diese Kugelköpfe hängen in diesen Gummis hier drin. Hier sind wirklich spack. Das heißt, hier wackelt nichts oder sonst irgendwas. Das heißt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass der Deckel abfällt. Die sind schön saft satt da drin. Und hier hinter haben wir jetzt an der Stelle bei der PA4 die Filtermöglichkeiten für Kanal 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir können sagen, okay, wollen wir jetzt den Hyper-Slow-Pass? Soll das Ding an und aus sein? Und hier können wir die Frequenz einstellen. Hier genau das Gleiche. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal ein Front-System betreiben wollen, dann können wir hier hingehen und sagen, okay, wir machen den Tieftöner, machen wir quasi mit einem Low-Pass, den Hoch-Töner mit einem Hoch-Pass, machen halt beide Dinger hier an, können dann hier die Frequenzen einstellen und haben dann halt hier tatsächlich so ein bisschen Möglichkeiten, was zu machen. Wir haben natürlich keine Ahnung, woran wir hier drehen. Das heißt, das, was cool ist, ist, wir haben tatsächlich ein Adjustment-Tool. Das heißt, wir können hier hingehen und sagen, okay, ich drehe jetzt quasi die Sachen hier rum. Was wir hier drehen, wir drehen hier von 50 bis 5 Kilohertz. Das heißt, das ist so, ja, das ist schon ein sehr, sehr großer Bereich, wo wir hin und her drehen. Ja, das heißt, damit kann man die Weichen für so ein System eigentlich sehr, sehr schön einstellen, wenn wir aber nicht wissen, was wir hier tun. Das heißt, auch hier bei der Einstellung gegebenenfalls mal einen Audio-Analyzer dranhängen und dann halt gucken, okay, was drehe ich hier gerade, um die richtigen Einstellungen zu machen. Das heißt, einfach so hier hingehen und einen Hochtöner so mal drehen und dann halt zufällig irgendwie bei 50 Hertz landen, wird der Hochtöner nicht so gern sehen, würde ich also lassen. Dieses Adjustment-Tool hier, das hängt hier halt immer drin. Das heißt, man braucht halt nicht irgendwie was suchen oder sonst irgendwas, sondern das ist hier quasi in dieser Endstufe mit dabei. Okay, theoretisch nimmt es ein bisschen Platz weg und ich brauche es in der Regel nicht, weil ich halt nicht so viel an meinen Endstufen selber rumspiele, weil die Filter in der Regel aus sind und ich eigentlich immer nur am DSP spiele. Aber wenn man tatsächlich mal hier irgendwie was ändern will, dann ist das hier sicherlich irgendwie cooler als ein Schraubendreher, weil ein Schraubendreher ist meistens halt so lang und wenn ich hier drüber schon irgendwie eine andere Platte habe oder so, dann komme ich da nicht so richtig hin. Wenn wir uns das hier angucken, auch hier diesen Regler, der lässt sich hier mit, ja, lässt sich auf jeden Fall einstellen. Natürlich lässt sich das hier besser einstellen, wenn diese Eingänge hier raus sind. Da sind halt so Steck-Terminals, das heißt, den können wir hier rausnehmen und dann können wir hier getrost drehen und gucken und das Ding halt richtig einpegeln. Das heißt, hier haben wir so lustige Terminals. Die Terminals, die kennt man auch schon von der Miniserie. Ja, damit kann man halt die Kabels hier quasi rein und raus tun. So, jetzt tue ich mal das hier wieder rein. So rum. So, andere coole Sachen, die hier tatsächlich mal mitgedacht wurde, weil die Endstufen, die sind halt nicht sehr hoch und es wäre doch halt ganz praktisch, wenn man halt irgendwie Endstufen übereinander stapeln könnte und die halt dabei irgendwie festschrauben kann. Und wie ihr gesehen habt, ja, hier gibt es halt diese, ja, diese Kugelnipsis und jetzt ist es so, dass man diese Kugelnipsis, die kann man halt abschrauben. So, jetzt habe ich so ein Kugelnipsi hier in der Hand und das Ding kann man hier einfach reinschrauben. Das heißt, wir können hier hingehen und sagen, okay, wir machen die Kugelnipsis von hier, machen wir hier rein und jetzt könnt ihr dreimal raten, was man machen kann. Klar, kann man dann halt diese Endstufe auf eine andere Endstufe drauf nüpseln und dann hängt die halt in den Gummilagern hier. Das heißt, die sind halt einmal vibrationsgeschützt voneinander, haben aber halt einen guten Halt, genauso wie die der Deckel. Das heißt, wir können halt einfach mehrere Endstufen übereinander stapeln, was auch ein ziemlich cooler Effekt ist an der Stelle. Okay, also einmal nupsi wieder zurück, weil ich habe hier tatsächlich gerade nur die eine PA4. Es gibt noch andere Endstufen, die kommen vielleicht nochmal später. Aber gucken wir jetzt erstmal auf die, was haben wir hier quasi nochmal auf der Seite, das heißt, ich mache den Deckel nochmal richtig rum drauf. So, jetzt gucken wir uns mal die wichtige Seite an. Die wichtige Seite, ja, was haben wir hier? Wir haben, ich mache mal hier die ganzen Terminals raus, dann sehen wir auch besser, wir haben hier Anschlussmöglichkeiten. Das heißt, klar, hier gehen wir einmal mit Plus rein, wir haben Remote-Eingang, wir haben Masse, wir haben hier unsere vier Kanäle, das heißt Kanal 1, 2, 3, 4. Wir haben hier eine LED-Anzeige, wir haben hier unsere Inputs und das passt soweit, das heißt, ich kann halt ganz normal beide Eingänge hier mit meinen Pre-Outs, Low-Level quasi ganz hier mal hier reingehen, kann hier entsprechend dann die Signale reinfeuern. Kann hiermit dann halt alles einpegeln, hier einstellen, okay, will ich jetzt High-Level, Low-Level. Input-Load interessiert mich jetzt im Low-Level-Bereich nicht, wenn wir per High-Level reingehen, das heißt jetzt nicht Low-Level und Remote-Eingang haben, sondern tatsächlich das anders machen und sagen, okay, wir haben hier einen High-Level-Eingang und wir gehen tatsächlich mit ganz normal unseren Lautsprechersignalen hier rein, dann stellen wir natürlich hier entsprechend ein, was wir haben. Wenn wir mit einer Endstufe getrieben, das heißt, wenn wir so ein Sound-System haben, brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Spannung, dann haben wir 15 bis 40, ansonsten 1 bis 15. Dann können wir hier sagen, okay, was ist hier auszuwählen, das kommt auch auf die Marke an, etc. Wählen wir statt den Lautsprechern gehen wir auf 10, ansonsten haben wir noch verschiedene andere. Am besten halt einmal in der Anleitung gucken, weil das ist halt wirklich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, was man hier am besten auswählt. Bei dem Auto-Sense, das heißt, wenn wir mit dem High-Level reingehen, haben wir in der Regel keinen Remote-Eingang, das heißt an der Stelle empfohlen wird DC, dann wird halt einfach geguckt, okay, ist das Radio an sich selber an und wenn das nicht funktioniert, dann kann man nur auf Signal gehen, das heißt, dann guckt die Endstufe, okay, kommt gerade das Signal an. Wenn kein Signal längere Zeit ankommt, dann geht es ja auch erstmal aus, das heißt, es kann sein, wenn ihr dann halt eine Pause macht beim Musikhören, dass es so ein bisschen dauert, bis die wieder angeht. Ich werde wahrscheinlich per Remote, also quasi Low-Level und mit einem Remote-Signal reingehen, das heißt, ich brauche den ganzen Spaß hier nicht richtig einpickeln muss ich natürlich trotzdem. Ansonsten ist das eigentlich schon alles gewesen, wir haben hier Stecker, ich sage mal, diese Stecker sind nicht sehr, sehr groß, diese Endstufe soll abgesichert werden mit 30 Ampere, das heißt, 30 Ampere ist quasi empfohlen Absicherung für diese Endstufe. Grundsätzlich werden hier Kabel abgesichert und nicht Endstufen, aber halt hier passen, 4 mm passen hier rein, das ist halt wirklich eine sehr, sehr kleine, kompakte Endstufe, die nicht viel Platz braucht, aber trotzdem interessante Werte bietet. Werte haben wir noch gar nicht drauf geachtet. Was für Werte diese Endstufe hat? Auch der Aufkleber hier, das ist jetzt die erste Serie, der verrät nicht alles, was das Ding hat, weil diese Endstufe, die ist nicht symmetrisch, heißt, wir haben zwar 4 Kanäle, das ist eine PA4, das heißt, wir haben 4 Ausgangskanäle, aber die sind nicht alle gleich stark. Das heißt, wir haben 2 Kanäle, die ein bisschen weniger Leistung haben, wir haben 2 Kanäle, die ein bisschen mehr Leistung haben. Worüber reden wir? Also ganz einfach, wir haben 2 Kanäle, die an 4 Ohm 45 Watt machen. Jetzt werden sich die meisten denken, oh, 45 Watt, das ist ja nicht so viel, was soll ich denn mit 45 Watt? Mein Radio macht ja mehr. Nein, ich werde demnächst nochmal ein Video machen, wo ich zeigen werde, dass aus einem Radio nicht 45 Watt Leistung rauskommt, sondern das ist wirklich weniger. Aber 45 Watt reichen auch für ein kleineres System. 45 Watt reichen vollkommen für Hochtöner und Mitteltöner. Also da kann man schon ein bisschen was mit anfangen und wir müssen halt immer noch bedenken, das Ding ist winzig. Das ist wirklich ein kleines Teil. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben 2 mal 80 Watt an 4 Ohm. Das heißt, das sind jetzt halt schon Werte, da kann man auch mal problemlos einen Tieftöner dran betreiben. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt diese kleine Endstufe nehme, die wirklich klein ist, dann kann ich damit voll aktiv ein Frontsystem betreiben. Hochtöner, Mitteltöner, 2 Wege, gar kein Problem. In dieser Größe hier, das ist klein. Das ist wirklich klein. Okay, war es das jetzt schon? Nee, tatsächlich nicht. Also in den Dokumentationen, im Handbuch und auf der Endstufe draufgedruckt, steht es nicht. Aber die zwei Ausgangskanäle 3 und 4, die kann man auch an 2 Ohm betreiben. Heißt, die machen 2 mal 140 Watt an 2 Ohm. 3 Ohm wird irgendwas in der Mitte sein. Wenn man jetzt aber bedenkt, okay, 2 Ohm, 140 Watt, wenn man da jetzt halt, wenn wir wieder beim 2-Wege-Frontsystem sind und da jetzt ein 3 Ohm-Chassis dran tun, dann sind wir halt schon irgendwo über 100 Watt für dieses Chassis. Das heißt, definitiv wäre da ein Tieftöner problemlos machbar. Ich habe hier gerade zufällig 3 Ohm-Bass. Also, das kann dann auch Spaß machen. Und das bei der Größe. Okay, wir haben jetzt noch nichts für einen Subwoofer. Das heißt, das ist jetzt natürlich keine 5-Kanal, was weiß ich was. Das ist eine 4-Kanal-Mini-Mini-Mikro-Endstufe. Aber kann ich da trotzdem einen Subwoofer dran tun? Weil ich habe jetzt irgendwie 2 mal 140 an 2 Ohm. Ja, man kann den Z-Kanal 3 und 4 kann man brücken. Das heißt, wir können tatsächlich an 3 und 4, wenn wir die beiden Kanäle einmal brücken, haben wir 280 Watt Leistung an den Kanälen 3 und 4. Das heißt, wir haben 2 mal 45 Watt und einmal 280 Watt Subwoofer. Also führen ins Subwoofer möglicherweise. Alternative, die man machen kann, ist, man kann natürlich 2 Iten PA 4 nehmen. Die Kanäle 1 und 2 für Hoch- und Mittelton und Kanal 3, 4, also 1 und 2 Hoch- und Mittelton. Kanal 3, 4 gebrückt für den Tieftöner. Das heißt, wir haben 2 Mini-Endstufen, die halt möglicherweise auch irgendwo im Fußraum oder sonst wo befestigt werden. Und wir haben für die linke Seite und für die rechte Seite für ein Dreiwege-Frontsystem Massivleistung. Und andere Sache, die man sich vorstellen kann, okay, wir haben jetzt 45 Watt für ein Frontsystem, 2 Wege möglicherweise. Ist nicht die Welt, ist aber besser als euer Radio. Und dann haben wir noch 280 Watt für einen Subwoofer. Heißt auch hier, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein ganz normales Auto, nichts Besonderes, ich will jetzt kein DSP reintun, sondern ich will halt wirklich nur ein bisschen Steigerung und vielleicht ein bisschen Bassunterstützung. Dann, das Teil, können wir halt mit den Weichen, die dann sind, können wir das Frontsystem schon trennen, können wir halt das Hecksystem trennen. Wenn wir natürlich ein Radio haben, wo wir mit vier Kanälen reinlaufen können, können wir es am Radio machen. Und dann haben wir mehr am Frontsystem als per Radio und haben 280 Watt für einen Subwoofer. Und 280 Watt am Subwoofer können schon richtig Spaß machen. Das ist nicht die Welt, ja, aber es sind spaßig, definitiv spaßig. Und bei der größer, also das muss ich halt immer in Relation sehen, wie klein denn dieses Gerät ist. Okay, auf jeden Fall ein spaßiges Teil. Ich werde sobald meine Endstufen-Teststation, das heißt, ich baue mir gerade ein kleines Labor, wo ich dann halt auch die ganzen Werte dieser Endstufe einmal checken kann. Das heißt, wie effizient ist die, wie viel Leistung bringt die wirklich etc. Bin ich gerade dabei. Wenn ich das fertig habe, wird es natürlich für jede Endstufe, die ich jetzt hier irgendwie rumliegen habe, einen Test geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Dann kriegt ihr das mit, wenn ich ein neues Video mache und gegebenenfalls auch diese Endstufe auf die technischen Werte einmal testen. Jetzt ist es so, dass diese Endstufe ist ja jetzt eine IPA4. Und wo es eine 4 gibt, gibt es gegebenenfalls auch eine 2. Und wo es eine 2 gibt, gibt es gegebenenfalls auch eine 1. Und genau so ist das hier in dem Fall auch, weil die komplette Serie, ist, soweit ich weiß, jetzt schon vollständig. Das heißt, es gibt eine PA1, eine PA2 und eine PA4. Alles Mikro-Endstufen im ähnlichen Größenformat. Von der Größe sprechen wir bei der PA4 und von der PA1. Von 12,8 mal 10 und 4,5 cm hoch. Das heißt, 12,8, 10, 4,5 cm hoch. Sowohl die PA4 als auch die PA1. Was macht die PA1 anders? Die PA1 ist ein Monoblock. Das heißt, da haben wir keine 4 Kanäle, da haben wir einen Kanal. Und dieser eine Kanal macht an 4 Ohm 200 Watt, also weniger als die gebrückt, an 2 Ohm 340 Watt und an 1 Ohm 480 Watt. Das heißt, theoretisch gleiche Größe wie die PA4 und 480 Watt für einen Subwoofer. Auch interessante Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich hole mir eine PA4 und eine PA1. Dann habe ich ein Frontsystem, was echt gut betrieben wird und habe 480 Watt, wenn ich halt einen 1 Ohm Subwoofer habe. Auch eine coole Kombination mit zwei Mini-Endstufen. Eigentlich ganz, ganz cool. PA2 habe ich jetzt rausgelassen. Warum? Die PA2 ist tatsächlich sogar einen Ticken kleiner. Und damit passt die PA2 auch nicht auf die PA4 oder auf die PA1 so von oben drauf. Das heißt, die können wir nicht stacken oder so, sondern die hat halt leider ein anderes Gehäuse. Das Gehäuse ist nochmal kleiner, das heißt, da sprechen wir von einer Breite von 11 Zentimetern, einer Höhe von 8,5 und ist genauso hoch, also 4,5 Zentimeter. Heißt, wirklich noch viel kleiner. Und was reden wir an Leistung? Leistung haben wir 2 mal 85 Watt an 4 Ohm, 2 mal 140 an 2 Ohm. Erinnert uns ein bisschen an die Kanäle 3 und 4 aus der hier. Und gebrückt haben wir 1 mal 285 Watt an 4 Ohm. Heißt, sehr ähnliche Werte wie quasi die Treiberstufen 3,4 aus der PA4 hier. Ich persönlich finde tatsächlich die Kombination von, ich glaube, die PA4 und die PA1 in Kombination ganz cool. Wenn man wirklich übertreiben will, könnte man sagen, okay, ich hole mir einfach 2 PA4 und eine PA1. Mach mit den 2 PA4 links, rechts getrennt ein 3-Wege-Vollaktiv-System mit richtig Bums auf den Tieftöner. Und hab dann, ja, noch einen Monoblock für den Subwoofer. Oder anders, man könnte auch 2 PA4 nehmen. Würde sagen, okay, Hoch- und Mittelton mache ich über die schwachen Kanäle 1 und 2 jeweils. Eine von den PA's macht quasi die Channel 3 und 4, die Leistungskanäle für den Tieftöner. Und die andere PA4 macht einen Subwoofer. Auch eine coole Kombi, die genauso funktionieren würde. Also mit den Endstufen kann man wirklich viel rumspielen, viel hin und her machen. Man muss natürlich die Signale reinkriegen. Entweder ein leistungsstarkes Radio oder ein DSP würde ich bevorzugen. Aber auch die Weichen, die hier drin sind, die reichen, um nichts kaputt zu machen. Die reichen, um es irgendwie bautbar einzustellen. Wir haben natürlich keine Laufzeitkorrektur. Wir haben kein Equalizing hier drin. Einfach nur kleine, süße Endstufen, die wir vielleicht auch unterm Armaturenbritt versteckt kriegen. Oder sonst irgendwas mit 4 mm Kabeln. Mit 4 mm Quadratkabeln sind wir da wirklich nicht so weit. Also wir müssen da nicht riesige Kabel irgendwo ziehen. Haben trotzdem Spaß an der Sache. Deswegen für mich hier sehr interessante Endstufen, die bestimmt auch das ein oder andere Fahrzeug in Zukunft befeuern werden. Für nächste Woche habe ich mir den großen Bruder der PA4 rausgesucht. Und zwar die MA-Serie. Die MA-Serie steht schon da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. In dem Sinne, bis bald. Euer Thomas.